Hallo, hier ist Ronja und die Izzy und ich werden heute viel essen, okay? Das ist der große Plan, der ultimative Plan, der Essen, okay? Wir haben hier schön, äh, keine Ahnung, Speck oder sowas? Gebratenen Speck aus Ronja. Nein! Den hast du dir irgendwo abgeschnitten, oder? Den hab ich mir irgendwo abgeschnitten. Sieht aus, als wärst du voll. Ich verkaufe meine Lebensmittel und verbessere meine Kapazität. Yippie, ganz viel Geld. Okay. Ich hab mir Pizza geholt schon. Du hast dir Pizza geholt? Oh, okay. Ich bin auch Pizza. Ist echt dicker. Essen, ich hätte gerne... Nein, ich kann mir noch keine Pizza leisten. Guck mal an, wie groß die Leute hier sind und wie dick ich nutze. Die reißen die mal den Bauch von dem an. Ja. Oh Gott, werden wir auch so groß? Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass ich so einen dicken Bauch kriege. Ich denke, der ist so voll esslich. Auch nicht so einen dicken Bauch, der sieht nicht schön aus. Oh Gott, der hat aber auch... Wir sind ja alles Jungs, die spielen. Guck mal, die Dicken sind alles Jungs. Wahrscheinlich. Vielleicht können Jungs einfach mehr essen als Mädchen. Aber gute Nachrichten. Ich kann mir jetzt auch ein Stückchen Pizza leisten. Mit zwei Kalorien sogar. Huiuiui. Oh mein Gott, danach... Drei Kalorien pro Steck. Wow. Wassermelone. Das wäre aber eine gute Pizza, oder? Okay. Oh, und danach können wir dicker werden und mehr Essen essen, schätze ich mal. Oh, was ist Gewürz? Würzig. Zucker, Gewürze und alles Gute. Das kostet leider zehn. Ich habe mir noch keine zehn Münzen essen mit meiner Pizza. Das hast du noch nicht. Aber das geht eigentlich relativ schnell. Das geht sehr schnell, das stimmt. Also, das sollte eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, ich habe mir Gewürz gekauft. Ich glaube, dann schmeckt es einfach ein bisschen besser. Aber du verdienst nicht mehr. Uh, hier ist fast jemand auf mich draufgetreten. Oh mein Gott, wird man dünn. Oh mein Gott, hast du dich mal von der Seite angesehen? Das sieht nicht gut aus. Nee, warte. Warte, du siehst normal aus. Ich hau mir hier gerade Pizza rein. Oh mein Gott, was für ein Gewusel. Ich zeig mal, wie du von der Seite aussiehst. Oh mein Gott. Warte, jetzt wird es besser, weil ich schon was gegessen habe. Aber wenn man direkt verkauft, ist es sehr creepy. Wir können ja mal ein bisschen exploren gehen, weil wir, wie gesagt, sind wir in der Safe Zone, wo uns nichts passieren kann. Und draußen verdienen wir deutlich mehr. Oh, richtig süß. Guck mal, hier ist eine kleine Stadt. Warte, ich muss nochmal kurz verkaufen. Aber jetzt gehe ich in die kleine Stadt. Yippie. Können wir hier... Können wir hier... Kriegst du hier den Stand essen? Erhinken sie auch. Oh mein Gott, mein erster Bauch. Ich kriege einen Bauch. Oh mein Gott, du kriegst einen Bauch. Guck mal, wie groß ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, der Boden webt. Oh mein Gott. Der hat dich verstampft. Nein. Nein, lauf wieder zurück in die Safe Zone. Ich hab mich rein teleportiert. Oh mein Gott, der hat jetzt einfach zurückgestampft. Voll dummein. Und 10. Okay, jetzt kann ich was verkaufen. Und jetzt kann ich mir auch einen größeren Bauch leisten. Yippie. Und zwar dünn. Equipped. Perfekt. Ich würde sagen... So funny aus, Ron-Herbel-Klüsse. Dann gehe ich jetzt mal wieder in die Stadt und hoffe, dass ich nicht erwischt werde von... Black Testico. Strichmännchen. Warum ist der auch ein Strichmännchen? Der ist überhaupt kein Strichmännchen. Der ist riesig. Lügen. Okay, aber wir sind klein und wuselig. Oh, das ist, ob das pinke Ding hochgeht. Oh Gott, das ist... Leider, leider. Ach, da bist du. Hi, Ronja. Wir sind hier auf dem Safe. Ja, wie geht's dir so? Mir geht's. Ich hoffe mal. Du bist schon ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Du bist ja kräftiger geworden. Ja, das hast du richtig erklärt. Ja. Aber wir sind immer noch Strichmännchen, ja? Aha. Im Vergleich zu den anderen, meine ich... Komm wieder ein Strichmännchen? Ich glaube nicht. Oh, ich muss auch schon wieder meinen... Oh mein Gott, mein Bauch. Ew. Mann, das sieht richtig ekelhaft aus. Ihhh. Oh, ich hoffe, das passiert nicht. Ja. Aber... Ah, das sieht richtig gut aus. So muss ein Bauch aussehen. Muss so ein Bauch aussehen. Wirklich? Ja. So, ich habe mich jetzt hier ein bisschen durch das Essen gekämpft und habe jetzt hier einen Hotdog, einen leckeren Bränden. Mein Bauch sieht auch nicht mehr allzu gesund aus. Ich sehe bei dir auch. Ey, was soll das denn heißen? Äh, nichts. Es ist nur, man sieht ein bisschen deinen Bauch. Ich wachse auch in die Höhe, ja? Aus dem Rock gucken. Oh, guck mal, man kann dich richtig stampfen. Kann ich noch kurz verkaufen? Vielleicht kann ich jemanden zerstampfen. Vielleicht kann ich jemanden... Oh mein Gott, man kann Leute schlagen. Okay, warte. Ich gehe mal kurz zu Jesse darüber. Ah, ich ziehe es! Und gucke, ob ich Jesse kurz mal stampfen kann. Du kannst mir gerne helfen. Ich denke... Ja. Er ist nichtsahnend. Hallo? Lass dich stampfen. Lass dich... Oh, ey. Ich mache ein bisschen Schaden. Kein Mist. Oh. Okay, hier. Ich ziehe ihm eins über mit meinem Hotdog. Okay, eins, zwei, drei. Noch ein Stampfer. Ich glaube, er kämpft auch mit mir. Ich bin mir nicht sicher, wer hier gewinnt. Ich glaube, ich gewinne. Hier, und noch ein. Let's go! Ich bin dick genug, dass ich Leute... Yes! ...äh, ohnmächtig stampfen kann. Oh, wir können in die Stadt gehen! Oh mein Gott, wir sind wohl scheiße. Wir können den McFry's essen! Guck mal, da er es weg ist. Wir können den essen, schau mal! Ich stehe ab vor mir. Okay. Komm mal den... Ich esse den. Oh nein, ich muss kurz zählen. Ich habe noch nicht genug für den... Oh, es gibt einen neuen Shop. Oh, wir können wieder zur McFry's rüber gehen. Wir haben es in die nächste Stadt geschafft. Ach, da ist der. Ich sehe es. Okay, dann lass uns den McDonald's Laden essen. Oh, ich muss schon wieder zählen. Warte, wie esse ich den? Du gehst davor und dann... Oh, hier ist auch eine Brothütte. Die ist auch zu essen. Und dann fragt er dich... Ich muss die Größe 1K haben. Okay, ich muss mich hier ein bisschen groß essen. Und... Oh ja, und dann kannst du den anknabbern jetzt. Und dann kann ich den anknabbern! Hey, wie cool ist das denn? Oh mein Gott, wir können einfach die Stadt essen. Okay. Ich habe die Größe 1K. Hallo. Lass mich den McFry's essen, bitte. Oh mein Gott, der wird richtig klein. Ich bin voll gefressen. Das ist wirklich witzig. Okay. Yum, yum. Oh, der gibt richtig Geld. Hi. Oh mein Gott, du hast dir für 18.000 eine Torte gekauft? Wo hast du denn das Geld her? Okay. Es ist yummy. Okay. Dann mache ich jetzt mein Gewürz auf Eis. Ah, das hast du auch. Verstehe. Okay. So geht es natürlich schneller. Das nächste sind die 38.000, die ich anstrebe für den dickeren Bauch. Okay. So, ich... Oh mein Gott, bist du riesig. Äh, ich bin jetzt... Hi, Ronja. ...mit etwas mehr Bauchkapazität hier auch dabei. Und ich sage, auf geht's zum McFry's, den wir jetzt essen können, weil wir so groß sind, dass wir Gebäude essen. Guck mal, wie... Oh Gott, da muss ich mein Bauch noch mal kurz leer machen. Oh, okay. Mach ich mal. Wie auch immer du das machst, das musst du jetzt nicht... Weißt du, näher... Näher läutern. Ich esse jetzt die McFry's. Ja. Oh, er wird schon kleiner. Ganz zu dir. Ich hab die guten Pommes hab ich schon rausge... Oh, du bist so small. Ah, hi. Hi. Oh, denkst du, wir kriegen irgendwas, wenn wir den McFry's gegessen haben? Theoretisch ja, oder? Gibt der uns... Ist der besonders lecker oder sowas? Gibt der uns mehr als der Hotdog? Ich weiß gar nicht, warum er den Hotdog noch hat. Oh yeah. McFry's. Oh. Es wird mehr. Je leerer der McFry's wird, desto mehr kriegt man aus irgendeinem Grund. Bei dir auch? Ja, stimmt. 270, 290, 311. Yes. Okay, oh, mein Bauch ist gleich voll. Ich muss mich, Rutsi, mal erleichtern. Und dann kann ich wieder den McFry's essen. Ich will diesen blöden McFry... Oh, guck mal, wie klein der jetzt ist. Er ist voll klein geworden, der Land. Stimmt. Und denkst du, hier gibt es noch andere Leute, mit denen wir kämpfen können? Jetzt, wo wir so groß sind. Okay, ich hab jetzt alles... Eigentlich können wir das jetzt machen. ...mir reingehauen, was ging. Das ist doch der leckerste Laden in der Stadt, oder? Es ist wirklich der... Ganz ehrlich, was erwartest du? Wenn du einen Laden machst, der so aussieht, und dann hast du Pommes im Dach stecken, da kannst du ja nicht erwarten, dass den keiner isst. Oder? So, die Brottute links daneben hat einen ähnlichen Fehler gemacht. Aber sieht nicht so lecker aus wie der McFry's. Guck mal den McFry's an, wie klein er jetzt ist. Oh mein Gott, ja, der ist winzig. Vielleicht müssen wir jetzt auch gar nicht mehr tausend haben. Wollen wir den McFry's essen können? Ah, doch, es muss noch tausend sein. Okay. Eins, zwei Bisse noch von meinem Hotdog. Und dann? Eins, zwei, drei. Okay, wir haben's fast. Der hält sich auch gut dafür, dass der so winzig ist. Okay, mal gucken, wer den letzten Bissen kriegt. Ich hab noch viel dran an den. Und? Oh, da ist er weg. Yeah! Da haben wir leider das Gebäude aufgegessen. Guck mal, der ist voll klein. Oh, der ist klein, den können wir stampfen. Bats! Oh! Komm, mach mit! Ja, ich mach mit. Komm, wir schaffen das. Der hat sich wahrscheinlich angelockt gefühlt von McFry's, aber... Oh, die Brotschule kann ich nicht essen. Bam! Komm, mach den letzten. Oh, ist er schon tot, oder? Der ist schon mal zerfallen. Er ist tot, ja, ja, wir haben ihn. Nice. Okay, mal gucken, was es hier noch so gibt. Dich so, wir können später die ganze Stadt... Oh, warte, 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 was ist das hier? Kann man das auch essen später? Was denn? Das sind Beute mit Getränken. Oh, ich hab Durst. Die Saftwelt. Ich glaub, ich muss erst mal was trinken. Oh, ich glaub, die Saftwelt kann ich mir nicht leisten. 100k muss ich da groß sein. Oh mein Gott, was? Aber richtig cool, auch mit dem Taco hier, den man wahrscheinlich auch essen kann. Nur kann ich nicht, weil ich noch zu klein und zu dünn bin. Was soll ich sagen? Ich achte halt einfach auf meine Linie, das ist mir wichtig. Straßenlaterne gelaufen. Du läufst auch schon sehr wie, wie soll ich das nett sagen, wie dicke Leute laufen. Manchmal. Was ist denn? Als hättest du kein Gleichgewicht mehr über deinen Körper, weil du so riesig bist wie ein Baum. Das könnte vielleicht sein. Es ist die Wahrheit. Was soll ich sagen? Naja. Oh mein Gott. Denkst du, man kann von den kleinen Dingen runterhelfen? Hüpfen wir jetzt auch höher? Können wir Leute essen? Ja, wir können Leute essen mit R. Okay, lass mich. Willst du jemanden erwischt? Oh, guck mal, da hinten rechts. Axel. Der hier. Oh ja, der. Oh ja, der ist sehr gut. Ich leg meinen Hotdog weg. Ich muss ihn essen. Oh mein Gott. Komm, bleib stehen. Ich bin zu langsam. Können wir ihn langsam machen? Essen. Ich will dich essen. Hier. Nein, er ist weg. Ich bin weggegangen. Ich bin einfach ein Stück von dir. Ich wollte nicht gegessen werden. Lecker. Was für ein Loser. Ich würde gerne hier hoch... Oh, warte, man kann hüpfen. Man kann höher hüpfen. Ja, das stimmt. Aber warum? Warum nicht immer? Weil wir größer sind. Ja, aber manchmal geht es nicht. Oh, jetzt geht es sehr hoch. Wie auch immer das gerade geklappt hat, ich möchte hier gerne hoch und ich möchte gerne die Krone. Hier. Wir sind oben. Okay. Die Queens of the Hill sind hier. Die Queens of the Hill und auch die dicksten Leute weit und breit, weil wir viel größer sind als alle anderen. Oh, der will hier schon wieder stressig. Dann würde ich sagen, ich mache ihn hier. Kriegt er hier mal kurz einen Stampfer. Zack, zack. Zack, zack. Stampf. Und, ja, siehst du mal. Das passiert, wenn man sich mit den Queens of the Hill anlegt. Wenn man den Queens anlegt. Ist so. Hier, zack. Der rennt. Der rennt. Oder er schleicht, wie man es möchte. Okay, eins. Nicht teleporten. Wehe, du teleportest dich. Wehe. Er teleportet sich. Der teleportet. Nein, nein, nein. Ich hebe ihn. Komm, 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 komm. Ich will ihn gerne ein bisschen. Aber ich kann nicht. Bleib stehen. Ich will dich jetzt rennen. Oh, mein Gott. Der ist fast in der Safe Zone. Und, nein. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Aber hier ist ein Kleiner. Guck mal. Guck mal, wie klein. Die sind so klein. Oh, mein Gott. Können wir die jetzt? Guck mal. Wie klein. Bäm. Oh, warte. Vielleicht schlappe ich mir den. Oh, der ist viel zu schnell. Yes, ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen, wenn wir nicht so klein sind. Hallo. Hallo. Ein hier. Kleiner Mann. Ich glaube, ich habe einen gegessen. Oder der ist hinten abgehauen. Na ja, gut. Das war es mit dieser Folge von Wir essen Gebäude in Roblox. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann schaut unbedingt auch bei Isis Kanal vorbei. Denn da kommen auch viele gute Roblox-Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Musik